Musik Hi, willkommen zurück im Atelier von L'Oréal Paris. Wir sind hier gerade backstage bei John Galliano und wir können ganz exklusiv mit Bill reden. Das ist nämlich der Head of, der Designer. Und wir hören uns einfach mal an, wie er sich inspirieren lässt. Hi, Bill. Welcher Rolle spielt Make-up für deine Modelle? Das ist sehr wichtig. Die Mädchen müssen ihren besten sehen. Und was ich die meisten mag, glaube ich, von den Modellen und den jungen Mädchen, ist die gute Haut. Nicht so viel heavy Make-up, aber ein bisschen. Also eher die natürliche Sache. Ja, ich meine, ich weiß, dass es nicht wirklich natural ist, weil es viel Make-up gibt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So es sieht natural aus. Es hat eine healthy Glow und ein bisschen shine in es. Was ist die Trend? Was ist die Trend? Vielleicht ist die beste Farbe? Flasch, glaube ich. Flasch? Ja, ich mag Flasch. Ich weiß, nicht so viel clothes, aber man kann auch eine Farbe machen. Aber es ist schön, dass es etwas natural ist. Wie wird die Trends verändern? Wie wird die ganze Veränderung? Alles verändert so schnell. Gott weiß, frankly. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich für die Show. Ich freue mich für die Show. Ich freue mich. Vielen Dank. Danke. Bye-bye.